Es geschah in jenen Tagen, als in Rom der mächtige Kaiser Augustus regierte. Irgendwann wollte er wissen, wie viele Menschen überhaupt in seinem großen Reich lebten. Und so gab er den Auftrag, dass überall im ganzen großen römischen Reich Boten den Menschen folgenden kaiserlichen Befehl verkünden sollten. Achtung, Befehl des Kaisers! Jeder erwachsene Mann soll in seinen Geburtsort gehen und sich dort in die Listen eintragen lassen. Diesem Befehl des Kaisers ist Folge zu leisten. Wort des Kaisers! Und so machten sich auch in der römischen Provinz Judäa unzählige Menschen, meist zu Fuß, auf den Weg in ihre Geburtsorte, um sich, wie angeordnet, dort in die Listen eintragen zu lassen. Einer von diesen vielen Menschen war Josef, ein Zimmermann. Zusammen mit seiner jungen Frau Maria machte er sich auf den Weg von Nazareth zu seinem Geburtsort Bethlehem. Maria ging nur kurze Strecken zu Fuß. Oft ritt sie auf einem Esel, denn sie erwartete ein Kind. Ihr Bauch war schon ganz arg groß und rund. Lange konnte es nicht mehr dauern, bis zur Geburt. Nach einer mehrtägigen Reise kamen die beiden endlich erschöpft in Bethlehem an. Es war bereits abends und alle Unterkünfte waren überfüllt. Schließlich fanden sie dann doch noch, zumindest in einem Stall, einen kleinen Winkel für sich. Und das war gut so, denn es war allerhöchste Zeit für Maria. Noch in dieser Nacht brachte sie ihr Kind auf die Welt. Ihr erstes Kind. Es war ein kleiner Junge. Josef wusch das Kind und Maria wickelte es in Windeln, die sie vorsorglich mitgenommen hatte. Dann legte sie ihr Kind in eine Futterkrippe, die mit viel Stroh ausgepolstert war. children. Musik und man So, wie in jeder Nacht, waren auch in dieser Nacht Hirten draußen vor dem Dorf bei ihren Herden auf der Weide. Diese Hirten waren arme Menschen. Sie hatten wirklich nicht viel zum Leben und waren auch nicht besonders angesehen bei den anderen Menschen. Ihr Alltag war meist hart und ohne viel Freude. In dieser Nacht jedoch geschah etwas Besonderes. Ja, schier Unglaubliches. Mitten in der finsteren Nacht wurde es auf einmal strahlend hell. Und in dem Licht war es, als sei dort ein Engel. Sie bekamen riesengroße Angst, denn sie wussten nicht, was da geschieht. Aber dann, dann hörten sie aus dem Licht eine gar wunderbare Nachricht. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Vielmehr freut euch. Freut euch von ganzem Herzen. Ich verkündige euch eine Nachricht, die für das ganze Volk, für alle Menschen bestimmt ist. Heute ist ein Kind geboren. Es soll den Menschen Hoffnung bringen. Ja, es wird den Menschen Rettung bringen. Seine Liebe soll einmal auf der ganzen Erde siegen. Man wird es den Christus nennen, den Gesalbten Gottes. Ihr werdet dieses Kind in einem Stall finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und dann war plötzlich alles um sie herum, voller Klänge und voll mit einem wundervollen Gesang. Ehre sei Gott in der Höhe. Lobt Gott und freut euch. Friede sei allen Menschen. Und so schnell wie es passierte, war es dann auch wieder vorbei. Tiefe, dunkle Nacht um sie herum. Stille. Nur sie selbst und ihre Tiere auf der Weide. Nachdem die Hirten sich wieder etwas gefangen hatten, beschlossen sie, noch in der Nacht nach Bethlehem hineinzugehen und nachzuschauen, ob das wirklich stimmt, was sie da gehört hatten. Musik Und tatsächlich, sie fanden den Stall. Und sie fanden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe schlafend. Sie fanden die Mutter Maria und Josef, den Vater. Zuerst waren sie sprachlos. Aber dann, dann begriffen sie immer mehr, was sie da erlebten. Und eine ganz tiefe und stille Freude erfasste die rauen Männer. Volle Andacht standen sie an der Krippe. Dann aber verabschiedeten sie sich bald wieder, um zu ihren Herden zurückzugehen. Und am folgenden Tag erzählten sie es allen weiter, was sie erlebt hatten. Sie waren glücklich und vor allem, sie hatten neue Hoffnung. Am glücklichsten aber war Maria. Zusammen mit ihrem Mann Josef gab sie ihrem Kind den Namen Jesus. Oder wie es in ihrer Sprache im Hebräischen heißt, Jeschua. Das heißt übersetzt, Gott ist unsere Hilfe und Rettung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ziemlich weit entfernt von Bethlehem entdeckten derweil kluge Sternenforscher ein seltsames helles Licht am nächtlichen Himmel. Zwei große Sterne, die nun so dicht beieinander standen, so nahe, dass es aussah wie ein einziger heller Stern. Für sie war klar, da muss etwas Besonderes geschehen sein. Da muss ein ganz besonderer König irgendwo im Westen auf die Welt gekommen sein, wenn Jupiter und Saturn, die beiden Königssterne, so nahe zusammenstehen. Sofort stellten sie eine Karawane zusammen und brachen auf. Sie konnten natürlich nur nachts unterwegs sein, weil sie dem hellen Himmelslicht nachgehen wollten. So kamen nach langer Reise die sternenkundigen Männer schließlich nach Bethlehem. Und auch sie fanden den Stall und gingen hinein und sahen die kleine Familie. Vor allem aber sahen sie das kleine Kind. Sie staunten voller Ehrfurcht und konnten sich einfach nicht satt sehen an dem Kind. Wussten sie doch, dieses Kind ist ein besonderes Kind. Dieses Kind ist ein Geschenk Gottes an die Welt. Ja, so muss es sein, wenn selbst die Sterne auf dieses Kind hinweisen. In tiefer Freude und großer Verehrung überreichten sie ihre Geschenke. Gold, Weihrauch und Mürre. Das waren sehr kostbare Geschenke, sehr teure Geschenke. Geschenke eigentlich für ein Kind in einem Königspalast. Jetzt schenkten sie es dem Kind in der Krippe. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, kehrten sie zurück in ihr Heimatland. Und auch sie erzählten von dem, was sie erlebt hatten. Maria aber bewahrte all das Gut auf in ihrem Gedächtnis. Sie wusste ganz genau, dieses Kind ist etwas Besonderes. Es ist ein Geschenk Gottes. 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 Vielen Dank.